Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal ein anderes Video, als ihr in den letzten Wochen und Monaten von mir gesehen habt. Heute geht es nämlich zum Coaching & Consulting Day nach Koblenz, einem der wohl exklusivsten und hochkarätigsten Tagesseminare, wenn es darum geht, wie man auf der einen Seite besser coacht und eben auch ein entsprechendes Unternehmen erfolgreich aufbaut. Wir werden jetzt wahrscheinlich solche Videos hier vielleicht öfter auf dem Kanal hochbringen. Maxi, unsere neue Social Media Managerin, ist mit dabei. Das heißt, ihr werdet heute quasi viele, viele Einblicke von diesem Tag bekommen. Deswegen in dem Sinne, viel Spaß euch dabei. So, jetzt sind wir in Koblenz. Jetzt müssen wir einfach noch schauen, wie wir da zum Merkir-Hotel heute hinkommen. Und dann startet der Tag auch schon. Aber dann startet der Tag auch schon. Und dann startet der Tag auch schon. Ja. Wie der zadet, kann ich dann eher auf dem Yoshi. Und dann startet der Tag auch schon. Und dann systematoren bitte. Und jetzt können wir auch συng'll. Und dann sind auch wieder da, ein paar Tage, wenn des Lie catches gehen. Und dann heißt energía, wo wir da das letzte Mal. Emanuel, da wo wir da sind. Gut t well, und da. Das Ding will jetzt sieben Minuten brauchen bis es hier ist, aber auf der anderen Seite glaube ich dürfte mehr sein. So jetzt haben wir ein Taxi, wie immer auf die Minute pünktlich und keine Sekunde früher, keine Sekunde später. In vier Minuten geht es los, bin sehr gespannt wie es hier ist. Jo Leute, wir sehen uns im Taxi und jetzt geht es zum Mercure Hotel. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt wie das Ganze geht. Jawohl. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, hier nochmal Schüler- und Abi-Coaching So, und... Das, wenn du der Person wirklich helfen möchtest, dann ist dafür einfach ein intensives Coaching notwendig. So, der Tag ist jetzt vorbei. Jetzt geht's einmal hier raus aus dem Hotel, wo das Event stattgefunden hat. Und... Ja, was soll ich sagen? Jetzt geht's noch mit allen anderen zum Essen, die dabei waren. Auszeichnung haben wir bekommen. Da sind wir natürlich auch sehr, sehr stolz drauf. Ja, war bis hier schon sehr, sehr spannend. Wie gesagt, jetzt beim Essen wird's dann, denke ich, auch nochmal viel Input geben. Aber vor allem auch einfach nochmal connecten, andere Coaches kennenlernen und sich da einfach ein bisschen austauschen. Da habt ihr auf jeden Fall Bock drauf und dann könnt ihr auch gerne mitkommen. Wenn wir nichts einfach ein bisschen laufen lassen, dann packen wir später Musik rüber und dann ist der Block komplett. Ja. 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 Mhm. So Leute, ein langer, langer, langer Tag geht vorbei. Es war sehr erregnisreich, sehr spannend, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Format findet, wenn ihr da Bock drauf habt, mehr zu sehen, gerne auch aus dem Office oder was, wo man jetzt in Zukunft noch anstehen wird, wer jetzt auch in Zukunft auf ein paar Messen, Events, Seminaren und so weiter speaken, deswegen, wenn ihr da mehr Einblicke, so behind the scenes und so weiter haben wollt, schreibt das gerne in die Kommentare, sonst denkt dran. Ich glaube nicht, wir sehen uns in der nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.